Hallo, hier erfährst du, welche Rechte du als Kind und Jugendliche hast. Sie stehen in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Hör sie dir an, sie machen dich stark. Wenn du etwas nicht genau verstehst, lass es dir erklären. Diskutiere deine Rechte mit Freunden, Eltern und Betreuern in der Schule. Und nun geht es los. Artikel 1. Als Kind gilt jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Deshalb gelten diese Rechte auch für dich. Artikel 2. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welcher Glaube, egal welche Sprache, egal welche politische Anschauung, egal ob reich oder arm, egal ob du behindert bist, egal wer deine Eltern sind. Deshalb darfst du nicht benachteiligt werden oder andere beleidigen. Davon musst du geschützt werden. Artikel 3. Bei allen Entscheidungen, die dich betreffen, ob in der Unterkunft oder in der Schule, der Fürsorge oder beim Gericht, steht immer dein Wohl an erster Stelle. Du hast ein Recht darauf, dass für dich und deinen Schutz gesorgt wird. Die dafür zuständigen Personen müssen gut ausgebildet sein. Artikel 4. Der Staat muss alle deine Rechte schützen, zum Beispiel durch Gesetze. Artikel 5. Deine Familie und alle Personen, die für dich verantwortlich sind, haben das Recht und die Pflicht, dich beim Ausleben und Durchsetzen deiner Rechte zu unterstützen. Artikel 6. Du hast ein Recht zu leben. Der Staat muss dir dabei helfen, gut aufwachsen zu können. Artikel 7. Der Staat muss dich mit deinen Namen und deinen Geburtsdaten in seinem Register aufnehmen. Du hast ein Recht darauf, zu einem Land zu gehören. Du hast ein Recht darauf, deine Eltern zu kennen und bei ihnen zu leben, wenn dir das nicht schadet. Artikel 8. Du bist eine Person mit einer eigenen Identität. Der Staat darf dir deinen Namen und deine Herkunft nicht wegnehmen. Artikel 9. Du hast ein Recht darauf, bei deinen Eltern zu leben, wenn sie dich gut behandeln. Wirst du von ihnen geschlagen oder bekommst du nicht genug zu essen, muss ein Gericht entscheiden, ob du woanders leben solltest. Trotzdem hast du ein Recht auf Kontakt zu deinen Eltern, aber er darf dir nicht schaden. Dazu gehören Post, Telefonate und Besuche. Wenn es dich nicht belastet, darfst du wissen, wo deine Eltern wohnen. Artikel 10. Wenn deine Eltern in anderen Ländern wohnen, müssen dir die Betreuer, Behörden und Ämter dabei helfen, mit deinen Eltern Kontakt zu haben und sie zu treffen. Artikel 11. Niemand darf dich gegen deinen Willen ins Ausland bringen oder dort festhalten. Falls etwas passiert ist, muss der Staat dabei helfen, nach dir zu suchen und dich schnell zu deinen Eltern zurückzubringen. Artikel 12. Bevor ein Gericht oder eine Behörde etwas entscheidet, das dich betrifft, darfst du etwas dazu sagen. Auch wenn du jünger bist, müssen die Erwachsenen dir zuhören und deine Meinung berücksichtigen. Artikel 13. Du darfst immer deine Meinung offen sagen. Du hast das Recht, dich umfangreich durch Medien zu informieren. Dazu gehören Internetseiten, Zeitschriften, Bücher und Bilder, die dir nicht schaden. Artikel 14. Du darfst sagen, was du denkst und glaubst, auch wenn du an etwas anderes glaubst als die anderen, wie an Gott oder Allah. Artikel 15. Du hast das Recht, dich mit anderen Gruppen zu treffen und auf Demonstrationen zu gehen, wenn es um deine Rechte und Forderungen geht. Artikel 16. Keiner darf Lügen über dich erzählen. Du hast ein Recht auf Geheimnisse und die gehören dir. Wenn dir deine Eltern einen Brief schreiben, darfst nur du ihn öffnen. Wenn deine Geheimnisse verletzt werden, kannst du dir Hilfe von der Polizei oder einem Gericht holen. Artikel 17. Niemand darf dir verbieten, altersgerechte Fernsehsendungen zu schauen, Zeitschriften zu lesen oder Radio zu hören, wenn es deiner Entwicklung hilft und dir nicht schadet. Artikel 18. Deine Eltern sollen gemeinsam dafür sorgen, dass es dir gut geht. Artikel 19. Du hast ein Recht, ohne Gewalt, ohne Angst und mit Liebe aufzuwachsen. Alles, was dir und deinem Körper schmerzt, ist verboten. Niemand hat das Recht, dir weh zu tun, denn du bist etwas Besonderes. Artikel 20. Kommst du aus einem anderen Land, hast du das Recht, in deiner neuen Umgebung neben der deutschen Sprache weiterhin deine Muttersprache, deine Kultur und dein Glauben zu pflegen. Artikel 21. Wenn du adoptiert bist oder wirst, muss dich der Staat ganz besonders schützen. Artikel 22. Als Flüchtlingskind bekommst du besondere Unterstützung zum Aufwinden deiner Eltern. Solange hast du das gleiche Recht, wie deutsche Jugendliche. Kommst du aus einem Kriegsgebiet, wird dir dabei geholfen, deine schlimmen Erlebnisse zu bewältigen, um wieder richtig gesund zu werden. Artikel 23. Solltest du eine Behinderung haben, darfst du nicht benachteiligt werden. Du hast ein Recht auf besondere Förderung in Sprache, Sport und Freizeitaktivitäten. Artikel 24. Du hast ein Recht auf gesundheitliche Betreuung, mit allem, was dazugehört. Artikel 25. Bist du krank oder hast du eine Behinderung, brauchst du besondere Hilfe und Zuwendung. Dafür gibt es spezielle Betreuer und Einrichtungen. Artikel 26. Du hast ein Recht auf gesunde Ernährung, angemessene Bekleidung und eine gute Unterkunft. Dir steht ein Taschengeld zu und die Möglichkeit, am kulturellen Leben wie Klassenfahrten teilzunehmen. Deine Entwicklung, deine Förderung und dein Schutz gehen uns alle an. Artikel 27. Als Kind hast du das Recht, dass dich niemand verletzt, dass dich niemand quält, dass du mit deinen Freunden, Bekannten und deiner Familie frei aufwachsen kannst. Der Staat und die Erwachsenen müssen dir dazu ausreichend Geld und jeder andere erforderliche Unterstützung geben. Deine Eltern, alle Bezugspersonen und der Staat sind dafür verantwortlich, dass du deine Rechte frei ausleben kannst. Artikel 28. Du hast das Recht und die Pflicht zur Schule zu gehen. Der Zugang zum Lernen müssen für alle Kinder möglich sein, egal welche Hautfarbe du hast, aus welchem Land du kommst oder aus welchem Land deine Familie stammt. Deine Bezugspersonen müssen dir alles besorgen, was du für die Schule brauchst. Wenn du etwas richtig gut kannst, wie singen, tanzen, basteln, rechnen, lesen oder wenn du gern Sport treibst, darfst du das mehr üben. Artikel 29. Du darfst deinen Eltern, anderen Menschen oder Tieren keinen Schaden zufügen und solltest die Umwelt schützen. Gegenstände dürfen nicht mit Absicht zerstört werden. Achte alle Menschen, besonders die Schwächeren, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen oder welche Sprache sie sprechen. Alle Menschen sind gleich. Durch dein Verhalten trägst du dazu bei, dass die Welt friedlicher und bunter ist. Artikel 30. Kommst du aus einer bestimmten Kultur oder Tradition, darfst du Gleichgesinnte aufsuchen, um deine Rituale, Religion und Sprache zu pflegen. Artikel 31. Du darfst bei schönen Dingen mitmachen, zum Beispiel Mitglied in einem Verein werden. Artikel 32. Keiner darf dich arbeiten lassen oder dich zur Arbeit zwingen. Unter 13 Jahren ist jegliche schwere Arbeit verboten, auch Ferienarbeit. Kinder müssen aber einfache Hausarbeiten machen, kleine Hilfsarbeiten, wie den Schrank aufräumen, den Tisch abräumen, abwaschen, Staubsaugen oder dir Müll rausbringen, sind richtig und wichtig. Artikel 33. Niemand darf dich dazu anstiften, Alkohol zu trinken und Tabletten oder Drogen zu nehmen. Es ist verboten, dich für Drogenhandel anzuwerben. Artikel 34. Wenn du nicht zu Hause lebst, vermisst du besonders Liebe und Zärtlichkeit, einfach mal in den Arm genommen zu werden. Doch Vorsicht! Nicht alle Jugendliche oder Erwachsene meinen es gut mit dir. Sie könnten diese Sehnsucht ausnutzen. Küssen, streicheln, zwischen die Beine fassen, ist zwischen einem Kind und einem Erwachsenen absolut verboten. Das sind keine Geheimnisse, die man hüten, sondern darüber musst du sofort sprechen oder um Hilfe rufen. Artikel 35. Du darfst nicht verkauft, verborgt oder entführt werden. Artikel 36. Deine Vertrauenspersonen dürfen dich nicht für ihre Zwecke ausnutzen. Artikel 37. Die Polizei darf dich nicht quälen oder dir Böses antun. Solltest du eine Straftat begangen haben, wende dich sofort an deine Bezugsperson. Du musst einen Rechtsbeistand bekommen, der dir alles weitere erklärt. Du darfst nicht einfach so eingesperrt werden. Artikel 38. Kinder verdienen im Kriegsfall besonderen Schutz. Kindersoldaten sind verboten. Artikel 39. Hast du Gewalt erlebt, egal ob zu Hause oder durch andere, müssen deine Bezugspersonen alles unternehmen, dass du die Schlimmerfahrungen überwinden kannst. Auch wenn es lange dauert, du schaffst es schon. Artikel 40. Hast du einen Fehler gemacht und eine Straftat begangen, gehst du bis zu deinem Urteil als unschuldig. Niemand darf dich deshalb demütigen oder eigene Maßnahmen verhängen. Du hast ein Recht darauf, zu schweigen, um dich nicht selbst zu belasten. Klug ist, dich einer Bezugsperson anzuvertrauen, die dir Hilfe geben kann. Ein guter Rat. Entschuldige dich bei dem Geschädigten, dann wird es auch dir besser gehen und die Menschen können dir verzeihen. Denn du hast eine zweite Chance verdient. Diese Fassung der Kinderrechtskonvention wurde im November 2019 herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Berlin. Sie basiert auf einem Text des Arbeitskreises ehemaliger Heimkinder Deutschlands, AEHD. Vorgelesen haben ihn Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Peter-Ostenhoff-Schule in Berlin. Also, ich Vielen Dank.